Und heute wollen wir endlich auch bei uns hier in Köln auf Münster-Lenz unsere Olympiaspieler Ehren für Winsters Ball. Voller Emotionen, Meisterung und Spannung in Köln. Heute wollen wir in Münster-Lenz die großartig übersprachen. Wir haben alle Eisebücher in ganz Deutschland stolz gemacht, haben einen Sportplatz in Deutschland hier zu ziehen und begeistert und haben das immerhin bei einer natürliche graue Geschichte für die deutsche Eisebücher-Sport geschrieben. Wir haben also Kiro Maus aus dem Weg überholt, ganz deutscher Mitspieler, Zitter und Jugendliche. Dafür wollen wir euch heute gerne Dank sagen. Natürlich auch an die Teilnehmer, die heute für die Gäste aus Münster-Lenz auflosen. Vielen Dank an Patrick Elmer, an Jesse Levitz und ihr Brüder. Unser kein Zehn-Geschäftsführer, die wir heute hier haben, die wir heute übernehmen. Und natürlich auch an unsere Kölner Haie. Erst an Justin Peters, der mit Kanada Prost gewonnen hat. Von der Kölner Haie. Von der Kölner Haie. Christian Löhr. Vielen Schutz. Und Volker Miller. Und der Kölner Haie. Und der Kölner Haie. Und der Kölner Haie. Also die Heimspieler bekommen. Miller und Sebastian Reitz. gesponsert von Eier-Packen-Motorz in der Bühne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020